Ja, heute der Gesamtüberblick über die gesamte Wahrheit über die Welt. Ja, wir haben, es ist so, dass seit 2018 an die Öffentlichkeit herangebracht worden ist, über den Weltrat und die Next Scientists for Future das vorläufige Endergebnis zur Lage der Menschheit und der Erde und der Welt und auch wie man ein Land regieren muss, wie man und so weiter, alles ist fertig. Und dem entgegen steht nur die mangelnde Gehirngröße der Menschheit, die mangelnde Intelligenz, die seit 400.000 Jahren ihre Situation nicht in der Lage war zu verstehen. Und der Weltrat bietet dieses endgültige Weltverständnis, vorläufiges Endergebnis der wissenschaftlichen Aufklärung. Deswegen Tipps und Empfehlungen. Also genau genommen ist ja jede unserer Sendungen ein offener Brief an Bhakti Schiffmann, Sieber, Füllmich, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Köhnlein, Reuter, Rosen, Viviane, Fischer, Schwab, Martin Schwab und all die anderen, die sich gerade aktiv sind und sich auch mit der Frage von Parteien teilweise großenteils beschäftigen. Ja, und die Basis, das ist die letzte Partei, die jetzt übrig geblieben ist, als einzige seriöse Partei, die noch eine Chance hat, wirklich dieses Land vielleicht regieren zu können. Aber das kann sie nur und deswegen hier der Satz, kein Wahlerfolg möglich, ohne sofortiges Volksentscheidwahlprogramm mit allen Experten der anderen Seiten. Denn bisher macht die Basis noch den Fehler, dass sie die Grundprinzipien des echten Basisdemokratischen, nämlich dass die WählerInnen konsensieren dürfen über die Vorschlagswahlalternativen für Reformen zu jedem Bereich, zum Beispiel die Gesundheitsreform, damit wir nie wieder solche Gesundheitsskandale bekommen und so weiter. Darüber müssen aber bitte schön die WählerInnen als Basis konsensieren und nicht eine nicht repräsentative Wählerstichprobe, wie sie sich als Parteibasis konstelliert. Eine gute Partei muss also als oberste DNA drinstehen haben. Unverrückbares Grundprinzip, das durch nichts ausgehebelt werden kann, ist, dass wir die WählerInnen konsensieren lassen über welchen Vorschlag, welche Reformen sie wollen und dass wir da den WählerInnen nicht vorgreifen, auch nicht durch das Wegfiltern oder eine Ausschließeritis gegenüber allen Experten der anderen Seiten. Auch darf man nie den Fehler machen, dass man sich nur auf Laien-Experten beruft und nur Laien-Experten nutzt. Man muss mit aller Vorsicht, man muss sich klar sein, dass auch wissenschaftliche Experten immer angefüllt sein können mit riesigen Mengen an vorteilbringenden Irrtümern, Killer-Viren des Geistes, parasitären Memen und deswegen höchst manipulativ und gefährlich sein können. Aber es gibt eben auch Experten wie den Weltrat und die nextscientistsforfuture.de, wo praktisch nahe null vorteilbringende Irrtümer in den Köpfen drin liegen, weil die seit 52 Jahren im Prinzip versucht haben, Wahrheit an die Stelle von Irrtümern zu setzen. Und grundsätzlich gilt hier an dem rundlichen Ding hier unten immer mindestens 1,5 Wiedergabegeschwindigkeit einstellens. Anders sollte man keine Sendung schauen. Also jetzt haben Sie ja schneller gedreht, jetzt muss ich nicht mehr so hetzen. Schluck Wasser. Also und deswegen klar, dass wir aufrufen, nur die Basis zu wählen, weil die FRAG-Partei ja auch noch nicht so weit ist. Wir haben jetzt sogar empfohlen, Leuten von der FRAG-Partei, gerade habe ich eine Antwort bekommen, in die Basis einzutreten, die dann dort werben sollen dafür, dass die Basis bitte schön wirklich basisdemokratisch werden möge, was sie leider noch nicht ist, aber ja immerhin als Ideal benennt. Und um das noch einmal ganz klar zu sagen, und wir machen heute, wir stellen dar, Ja, also wir sind ja überzeugt, dass die besten Experten für jede Partei Weltrat und Next Scientists for Future sind, aber natürlich ist das immer auch die Gefahr der Sache. Was ist, wenn wir uns doch wieder erwarten, irren würden? Niemals darf sich eine Partei auf einseitige Experten, auf einen Experten fixieren, sondern sie muss immer alle Experten, deswegen sozusagen schickt uns ruhig Gegner, die uns widersprechen. Wir werden dann aufdecken, wo diese Experten vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Spaten in ihren Köpfen tragen und irgendwie auf jeden Fall ihr Konzept ein Irrtumskonzept ist. Aber es braucht diese Gegner und es braucht diese Offenheit, auch wenn wir dann vielleicht hundertmal aufweisen, wo die anderen Experten sich irren. Aber wir brauchen sie doch, denn es geht nicht ohne den Widerspruch und die Diskussion. Denn was ist, wenn wir dann irgendwann als einseitige Experten, als einzige Experten, dann wieder entgleisen würden in Richtung bestimmter Irrtümer oder vorteilbringender Irrtümer? Dann wäre wieder alles kaputt. Also braucht es die Aufrechterhaltung der dauerhaften Vielfalt. Und ich zeige euch, ich zeige heute alles, was ist das unser Studium. Also das Studium der Next Scientists for Future besteht letztendlich aus circa 1000 Internetsendungen. Das ist ein ganzer Studiengang und aus circa 5000 Textseiten im Internet. Das geht aber nur, also man kommt da nur ran, weil wir haben Schutzmechanismen eingebaut gegen all diese linkskriminellen und rechtskriminellen Verfassungsfeinde. Mittlerweile habe ich auch eher die Vermutung, dass die Lügenhetzschrift von Wir2020EU im Gegensatz zu DE, den guten DE, bei Wir2020EU, dass die tatsächlich aus der Feder einer linkskriminellen Verfassungsfeinde entstammt, ursprünglich, die sich in die Partei gedrängt hat. Wenn ich an die Wortwahl denke, dann ist es eigentlich die typische Sprache von Linkskriminellen. Wenn linkskriminelle Hetzschriften verfassen, dann klingt das ja eigentlich so ähnlich wie diese Hetzschrift. Vor allem dieses ungeheuer leichtfertige Lügen verbreiten, die sofort nachweisbar und aufdeckbar sind. Das zeigt dieses, denn die linkskriminellen Verfassungsfeinde sind ja natürlich auch entsprechend Intelligenz gemindert. Und sozusagen, ja, das wirft dann ein schlechtes Licht auf unsere Universitäten. Da kann ja mittlerweile jeder Mensch mit minderer Intelligenz jederzeit ein Examen machen. Das ist so ähnlich wie mit dem Abitur, wo jeder, der nicht bis drei zählen kann, trotzdem das Abitur nachgeschmissen kriegt. Ja, also, dann schauen wir uns doch mal an. Gehen wir doch erst mal als erstes drauf ein hier. Erst einmal habe ich ja eben gesagt, hier nextscientistforfuture.de, ist klar. Und dann, ja, wir sind quasi die geistigen Weiterentwickler des weltweit wichtigsten Denkers. Kann ja jeder nachlesen. Dann hier die wichtigen Einstiegslinks. Und der Prinzip ist, wenn Sie nicht überall, auch auf dieser Seite, nicht jedem Link folgen, zum Beispiel hier sind lauter Links, wenn Sie nicht jeden Link anklicken und nicht jeden Link von Anfang bis Ende lesen, kriegen Sie quasi nicht den Zugang zu weiteren Seiten, weil nur seriöse Studenten sozusagen den Zugang kriegen. Weil dadurch wird das für die Linksextremisten und Rechtsextremisten schwierig, weil die sich nie die Mühe machen, wirklich zu studieren. Denn sie sind ja von ihren links- und rechtsextremistischen, verfassungsfeindlichen Positionen ja restlos überzeugt. Und von daher ist das unser Schutzmechanismus. Man kommt also an alles ran, aber nur, wenn man sorgfältig studiert und nicht, wenn man böse Absichten hat. Und von daher, ja, und das Impressum, obwohl wir haben ja keine Impressumspflicht, aber man sieht, das ist wie üblich immer ganz unten. Bei den meisten Seiten findet man ganz unten den Link zum Impressum. Und da steht auch reine private Homepage ohne Impressumspflicht. So, dann gehe ich mal wieder hier oben hin zu Stellungnahme. Ja, da sind wir wieder bei den Links. Das Kernsatz von uns ist, Gesellschaft kann nicht und niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, PAs. Und dafür war die Menschheit seit 400.000 Jahren nicht klug genug, das zu erkennen. Das ist aber jetzt seit 2018 offengelegt durch Weltrat und Next Scientists for Future, dass das der Baufehler ist. Denn ohne starke positive Anreize breiten sich massenhaft vorteilbringende Irrtümer, Parasitäre, Meme, Killerviren des Geistes aus. Und die Weltbevölkerung wird durchmanipuliert und das gesamte Weltbild der gesamten Weltbevölkerung besteht ausschließlich aus Manipulationen und Irrtümern. Also Sie, lieber Zuhörer. Wenn Sie vieles schon von uns gehört haben, sind Sie vielleicht schon ein bisschen entmanipuliert worden und haben schon viele vorteilbringende Irrtümer durchschaut, die in Ihrem Kopf waren. Aber wenn Sie relativ neu sind hier, dann seien Sie sich klar, Ihr Weltbild hat nichts mit Wahrheit zu tun. Ihr Kopf ist ein Sammelsurium von parasitären Memen, Killerviren des Geistes und vorteilbringenden Irrtümern verschiedenster Sparten. Event ihrer eigenen Sparte, in der Sie arbeiten, aber auch vieler anderer Sparten, die es auch geschafft haben, ihre vorteilbringenden Irrtümer in Ihren Kopf hineinzudrücken, sozusagen. Also Sie sind als Zuschauer normalerweise, der normale Mensch ist ein Manipulationsopfer. Und der Weltrat und die Next Scientists for Future sind ja quasi installiert worden, um eine manipulationsfreie Zone in der Welt zu haben. Auch die Universitäten sind Brutstätten für parasitäre Meme, Killerviren des Geistes und vorteilbringende Irrtümer. Ja, und dann die ganzen Links, die man anklickt, ja, also hier, da hat man erstens mal den ersten Zugang hier, da findet man die Petitionen, ja, den Wettbewerb der Petitionen, wo man ganz klar sieht, die WählerInnen wollen nur Reformen und nur die Gesundheitsreform der Next Scientists for Future und auf keinen Fall solche Amateur- und Laien-Expertenreformen, wie sie bisher die Neuparteien erstellt haben. Das interessiert die Wähler kaum, ja, die WählerInnen kaum. Das sieht man an diesen Petitionsunterschriften und Kommentaren. Und dann findet man da auch die simulierte Bundestagswahl, wo man sieht, ja, hoppla, solche Kommentare gibt es eben nur bei kompetenten Reformen. Dann hier kann man hier so ein bisschen einsteigen, wenn man mal alle unsere Professoren persönlich kennenlernen will. Hier zum Beispiel hier bei diesem Bild, hier kann man das direkt bildlich nochmal sehen. Wo ist das jetzt? Ne, das ist falsch. Hier ist es. Ja. Zum Beispiel hier sieht man den Chefredakteur Online des Markttrend-Magazins, des österreichischen Manager-Magazins. Und hier sieht man mich als Assistenten und einen unserer besten Professoren, Professor Mertens. Und so kann man dann in dieser Playlist schon mal anfangen, persönlich, in persönlichen Gesprächen mit Journalisten, einige unserer Professoren, einige wenige unserer Professoren zu kennen und Doktoren kennen zu lernen. Und hier ein paar Gäste, Talks mit Gästen, weil es ist ja bei uns so, dass alleine auftreten dürfen ausschließlich ehrenamtliche Assistenten wie ich. Und die Professoren dürfen immer, immer nur, die Mindestzahl ist immer dann zwei, ein Professor, eine Professorin und ein ehrenamtlicher Assistentin, ehrenamtlicher Assistent. Das ist die Mindestbesetzung. Eine andere Auftretensmöglichkeit ist nicht gestattet, weil die ehrenamtlichen Assistenten immer die Aufgabe haben, zum Beispiel jetzt, zum Beispiel hier unseres Mitgliedes Dr. Mert Ludwig Manfred Jakob, wenn der jetzt also eine bestimmte Meinung hat, die vielleicht nicht von allen Professoren geteilt wird, dann ist meine Aufgabe, dann das sofort klarzustellen, aha, es gibt bei uns auch noch die und die Sichtweise der Sache. Und so ist das dann gut geregelt. Also nur ehrenamtliche Assistenten dürfen alleine auftreten für den Weltrat und den Weltrat und die Next Scientists for Future vertreten. und ansonsten immer zu zweit ein Professor, ein ehrenamtlicher Assistent. So, es ist jetzt praktisch gelöst. So, und dann kommt man natürlich hier, wenn man hier alles anklickt, kommt man natürlich wieder irgendwo immer weiter und immer weiter. Man kommt also durch dieses ganze Imperium immer weiter und weiter. Aber nur, wenn man sorgfältig studiert, wenn man alles von Anfang bis Ende liest und hört, und wenn nicht, verpasst man bestimmte Links und dann kriegt man keinen Zugang zu den entscheidenden Sachen, damit eben die Rechts- und Linksradikalen und Kriminellen da nicht Ansatzpunkte für Belästigung finden und so weiter. Ja, und dann finden Sie hier alles über die Wahlen hier. Da ist das auch nochmal mit dem Volksentscheid-Wahlprogramm und dann der neueste Stand. Hier der Live-Ticker beginnt hier immer unter dem Roten und so. Und da hier die Zerstörung von Wir2020-EU im Gegensatz zu DE. Ja, und gerade war ja auch wieder eine Sendung veröffentlicht worden, wo also ganz klar gesagt wurde, ja, bei Wir2020-EU wird ja schon seit langem der Verdacht geäußert, dass diese ganze Splittabsplitterung sozusagen, dieses ganze Splitterding grundsätzlich rechtswidrig sei, mit allem, was es täte. Nicht nur mit dieser Verleumdungs-Hetzschrift jetzt, sondern auch mit allem, dass alles rechtswidrig sei bei dieser Splitter-Absplitterung, dass sie gar keine Partei sei, sondern als alles auf einem Betrug gegenüber dem Bundeswahlleiter und dem Landeswahlleiter fußen würde, dass die alle so quasi hinters Licht geführt worden seien und nur deswegen auf dem Wahlzettel bisher stehen, Schluck Wasser. Dann haben wir hier das entscheidende Volksentscheid-Wahlprogramm, ja. Das heißt, diese Offenheit, die andere Seite zu hören, also nicht nur wieder, wieder, wieder einseitig zu werden und Trosten, Wieler und Lauterbach zu hören und nicht Bakhti Wodak-Schiffmann und Next Scientists for Future zu hören, sondern einseitig zu werden, ja. Und all die Leute, die bis jetzt sich dagegen entschieden haben, die Next Scientists for Future als Experten zu hören, wirklich der Hinweis, alles, was Sie gegen die Next Scientists for Future einwenden können, basiert auf Ihren Irrtümern, auf den vorteilbringenden Irrtümern, Killerviren des Geistes und parasitären Memen, deren Opfer Sie selbst sind, als Manipulationsopfer einer seit 400.000 Jahren ausschließlich aus Manipulationen bestehenden Welt. Und wir verdanken es der Aufklärung, wir verdanken es Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Wallace, Darwin, Mendel und Next Scientists for Future vom Weltrat und eben zwischendrin noch Richard Dawkins, Professor Richard Dawkins, dass wir überhaupt die Wahrheit erkennen konnten, ja. 2018 war dann endlich der Durchbruch zur Wahrheit endfertig und präsentationsfertig, obwohl die Ahnungen schon seit, ja, 10, 15, 20 Jahren ja schon da waren. Aber es ist ja immer die Frage, wie weit bestätigt sich eine erste Ahnung und wird dann gefestigt sozusagen. Ja, und hier, jetzt können wir uns anschauen, ich rücke das mal ein bisschen besser, es ist jetzt nicht, Sie können es nicht vollständig sehen hier, es heißt also hier Vorschlag 1, 2, 3, 4, 5, also zwischen zwei und allerhöchstens zehn Wahlalternativen, Vorschlagsalternativen sollten den Wählerinnen zur Wahl gestellt werden und nicht der Parteibasis. Die Parteibasis soll nur konsensieren darüber, wie sie vorgeht, aber im Prinzip sollte die Parteibasis alle Vorschläge sammeln von allen Experten und diese alle in Talkshows einladen und, 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 und und ihren, den Wählerinnen eigentlich nur eins sagen, wir nutzen für sie alle Experten und stellen das in Vorschlagswahlalternativen Ihnen, liebe Wählerinnen, zum Volksentscheid zur Verfügung und damit sind wir wirklich basisdemokratisch. Und über alles Mögliche kann ja gern die Partei intern konsensieren, aber sie darf niemals den Wählerinnen vorgreifen und sagen, bestimmte Vorschläge schmeißen wir einfach raus, weil sie uns und unserem durchmanipulierten persönlichen Status irgendwie nicht gefallen. Ja, sondern das Prinzip einer echt basisdemokratischen Partei muss sein, ich nehme da rein, ich lade die Experten ein, weil sie anderer Meinung sind als ich selber, denn ich weiß ja nicht, wie durchmanipuliert, durchvorteilbringende Irrtümer, Killeviren des Geistes und parasitäre Meme ich bin. Ja, Schluck Wasser. Und genau deswegen, weil das so wichtig ist, sagen die Next Scientists for Future, wir wollen niemals die einzigen Experten sein, sondern wir wollen gerne antreten gegen die Laien-Experten, Amateurexperten und wissenschaftlichen Pseudo-Experten, die es überall gibt. Aber wir müssen doch antreten gegen sie. Und wir2020.de hatte das ja richtig gemacht. Wir hatten ja einige Talkshows, wo wir uns Duelle geliefert haben mit dem Marxistoiden und, ja, Tarnkappen-Marxistischen Ansatz der Economy for Mankind. Ja? Und das war doch wichtig und ist doch wichtig. Und man müsste das immer wieder fortsetzen, weil Widerspruch ist doch das Entscheidende. Und wir haben natürlich immer gesagt, okay, diese Economy for Mankind ist ein Programm, hat ein politisches, hat Wahlreformvorschläge, die dieses Land vollständig, Deutschland vollständig wirtschaftlich ruinieren würden und in ein bettelarmes Land verwandeln würden, wie jeder Tarnkappen-Marxistische Ansatz auch. Ja? Denn wir sind ja die größten Kritiker von Pseudokommunismen aber wir sagen, wir müssen sachlich-wissenschaftlich überächten, urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus diskutieren. Aber das ist eben wissenschaftliche Offenheit. So, also hier, das ist eben genau der Punkt. Denken nur noch in Volksentscheid, Wahlprogramm. Erst da beginnt Basisdemokratie. Alles andere ist keine Basisdemokratie. Weil dann nämlich schon wieder irgendwelche Vorschläge ausgesondert wurden und die Vorschläge der Experten der anderen Seiten wieder ignoriert werden. Und damit wäre es dann wieder ein Irrweg. Ja? Und keine Basisdemokratie. Ja, und so findet man dann zu 5000 Seiten Text und ungefähr 1000 Sendungen. Denn wir empfehlen natürlich auch, zum Beispiel hier empfehlen wir ja auch den, das kann ich auch so machen hier, Kontakt, glaube ich, ist es. Hier, wir empfehlen ja auch English Texts und Videos. Da über diesen Weg zum Beispiel, damit verrate ich das schon, findet man den Weg zu dem aus unserer Sicht besten Internet-Fernsehsender überhaupt, weil der jetzt wiederum... Ach so, hier ist nochmal ein Zwischenlink, deswegen English Talks and Radios. Und dann kommt aber eben nur, wer fleißig studiert und all das studiert, der erkennt ja jetzt, aha, da ist offensichtlich ein Sender. Auf den kann man ja klicken. Und dann... Und gute Sender sind ja immer auch Playlist-Sender, weil es nicht für alle Sendungen das Recht für einen Re-Upload gibt. Und dann sieht man hier... Aha, sozusagen... Ja... Man sieht jetzt... Aha... Hier, Playlist 6 beginnt mit einer Arte-Sendung zur Wissenschaftskritik, Wissenschaftskritik, Wissenschaft als Verhinderer von Erkenntnis und Wahrheit. Ja... Und hier sehen Sie... Und in diesen Playlists Goebel, Bild-Zeitung, Dr. Reuter, Thilo Jung und Naiv mit dem Wirtschaftsweisen, Professor Achim Truger. Ja, Sie sehen es, dass da außer den Weltbesten, also den Sendungen von Next Scientists for Future, ganz viele andere Sendungen präsentiert werden. Und jetzt muss ich diese Sendung schon hier beenden, weil jetzt wieder die Gefahr besteht. Ich habe irgendwas von YouTube angeklickt und das verkraftet unsere Aufnahmemaschine nicht und eventuell ist schon alles abgebrochen. Also, falls es doch noch funktioniert hat, in der nächsten Sendung werden wir dann darauf eingehen, was bringt denn, was ist denn die neue, wahrheitsorientierte Weltsicht der Next Scientists for Future und was sind die wahrheitsorientierten Reformen, wenn man mal versucht, wie der Weltrat und die Next Scientists for Future 52 Jahre durchschnittlich die einzelnen Wissenschaftler darüber nachgedacht haben, mal Wahrheiten an die Stelle von Irrtümern zu setzen, sozusagen. Was kommt dabei raus? Also, ich muss jetzt hier aufhören, weil es wahrscheinlich schon abgestürzt ist. Tschüssi, bis bald. Und zwar der Ton. Und zwar der Ton.